So weiter und wer auch immer. Na ja, sag ich, gut, muss ich euch doch einmal bemühen. Ich bin dann hochgegangen, angeschaut und habe gehört, jawohl, das ist richtig da, 5,9 plus 20, der Sternhiebel. Na ja, da habe ich bei Ihnen angefangen, also habe ich mal angefangen, die Passersicherung rauszumachen. Bei mir war es nicht, hatte ich auch keine Anschaffungen nicht, bei der Tochter war es nicht, bei den anderen zwei war es auch nicht. Dann habe ich bei Ihnen die Sicherung rausgemacht, Störung weg. Ja, das gibt's nicht, das gibt's nicht, er hat nichts gekauft und nichts und so weiter, alles so wie bei einem alten. Da sind wir in Streifen gekommen, muss ich machen. Na, wieder eingeschaut, sag ich doch, eindeutig, sobald ich diese eine Sicherung von der Phase reinmache, ist der Rauschbegel da. Na ja, jedenfalls, dachte ich, komm, du kannst mir das Kreuzweiß da, ob er es da sowieso machen. Ja, bin dann wieder gegangen, dachte ich, wenn du das absteigst, da kam dann die Frau, zja Gott, geh mal mit hoch und schauen wir mal, also bin ich hoch.